so hallo zu einem neuen video und zwar geht es in dem buch gibt es auf der seite 11 die quest sache die ihr freischalten könnt und zwar hüllenforscher störe die überreste und zwar ist dass viele ja ein spieler kennen diesen spot und zwar ist das der alte loot cave in der himmelswacht die ganzen wie gesagt ja ein spieler kenne ich noch da hat man sich hier hingestellt und hat in diese höhe geschossen und irgendwann hat bungee diesen weggemacht und hat was lustiges da reingeschaltet und zwar das hier totenruhe stören diese sache müsst ihr auf ihr eck machen und zack habt ihr das im buch freigeschaltet weil es gibt einige die diesen spot halt nicht kennen und deswegen dachte ich mir zeige ich euch kurz wie oder wo diese stelle ist und zwar zack höhlenforscher fertig das war es eigentlich schon nur kurz und knapp erklärt damit ihr nicht lange suchen müsst höhlenforscher ist in der himmelswacht im loot cave 1 in der höhle einfach viereck die totenruhe stören und zack habt ihr es freigeschaltet das war's bis zunächst mal bleibt sauber haut rein